Hallöle, herzlich willkommen zurück in Bomberman Air für das Switch mit eurem Tibio-Bälle und es geht los, wir müssen gegen den Bomber auch kämpfen komm mach nen Daumen der hat auch ne Bombe los TOLL scheiße ich raste hier mal raus hab ich gut gemacht Applaus aber ok ja ich hab grad mit nem Kollegen geschrieben der weiß natürlich noch nicht, dass ich nicht Switch habe ähm und zwar wegen ach du scheiße, ich bin hier grade ahhhh lol ich bin doof ich bin wieder tot Dankeschön Hallo hier ist äh ja, ich wollte jetzt sagen ich hab ja mit nem Kollegen grad geschrieben der ist jetzt der Meinung der zu sich noch keine Switch holt wegen dem ganzen Problem weil ein YouTuber Video gemacht hat oh scheiße oh scheiße und ja er weiß auch nicht, dass ich nämlich grad eine Switch geholt hab das wird er wahrscheinlich erst im ersten Part sehen also morgen wahrscheinlich also bei euch ist es äh am 8. März wo das Video zu sehen ist wieso hat er keinen Schaden genommen die Unverschämthe lol ich verliere hier ja ich renne auch noch rein bin ich bescheuert oh ich bin wieder hier ich kann oh man die Jumpkatz sehe ich wieder komm könnte der mal sterben oder so ach man ich muss den irgendwie selber töten oder so ja geil so einfach mal alles gebombt Hauptsache der ist weg Lucha oh jetzt muss ich wieder viel reden egal ich glaub mal die Switch wird dann irgendwie ne oder jetzt kommt er erstmal an alter der in alter der erinnert mich voll an Fairytale an so ein Dings Aua Hallo Hure was macht der denn jetzt oh la 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 ich bin so doof ah scheiße wenigstens ist hier der kleine oh warum renne ich in ihn rein bin ich behindert ich bin behindert ich bin behindert ich bin einfach nur behindert ja 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 renn noch mal rein jetzt macht er hier Feuer ja ich renne doch mal rein oh man lol jetzt ist er da ja und dieses mal lololol mal gucken was so alles explodiert Aua ich explodiere selber oh 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 ja ja ey bin ich so behinderte man hm hm ja ich kann mal sagen also für die Switch es wenn man online spielt sollte man so Switch erst holen wenn der online WLAN alles funktionstischig ist also bei mir ist nur das eine Problem mit dem WLAN aber falls sie ein Update machen oder so und sagen ihr müsst irgendwie an Internet kommen und dann habt ihr besseren WLAN oder so wie mit den DSCs oder so dann kann ich sagen geil zum Glück habe ich ein Handy mit Hotspot und dann kann ich das Update runterladen dann habe ich ja zur Zeit auch gemacht oder ich tue einfach mein Handy äh ein unendliches äh flat rein oder irgendwas irgendwie muss sowas finden das wäre richtig geil dann dann hab ich kein Problem mehr wenn es alles so wie es sein soll einfach nur geil mal schauen obwohl das online spielen wird dann wahrscheinlich ein bisschen scheiße so oft online werde ich sowieso nicht spielen bei der Wii U spiel ich auch hier online ja renn da rein du Loser wo ist sein Kopf der ist auf der anderen Seite ey ja rennt doch wie ähm man hier hilft hier einfach hier immer zu rein zu rennen oh nein ja alles klar ey ich bin zu doof das war knapp ey Moment mal enacted hilf ah scheiße man ich bin zu doof wie das Spiel ab aber echt ach so der ist noch nee ah nicht hin like ich lass mich doch mal hier gewinnen da hinten ist sein Geil hallo hallo down down ist der Down ist da und ich bin auch da und oder ich habe gewonnen zum glück habe keine nicht mehr gehabt irgendwie zu verlieren oder so die blumen bis zum nächsten mal der roboter hat sich verliebt in den gelten auch noch richtig beginnt planet plane plane bock okay gehen wir mal riem mal gucken was hier gibt hoffentlich ist die story nicht wieder so viel gelaber planet brainwave der dritte planet des sternhimmels sonnensystems die digitalisierung planet wird von einem einzigen riesen gehirn gesteuert großer peter warum schlafen die denn alle ich glaube dass der bewusstsein der bewohner in einem cybernetzwerk gefangen gehalten wird ernsthaft das ist auch blau aus der schlitten der schläft einfach nur die kürzliche deutscher wagen bürger ein solches weiter zu sehen unheimlich ist aber nicht die ohne wunderschöne nehmen das hat sich die einzigen die unkürzt sein ob es ein tausend besiegen können wir ja hier und so Prozent und um elektronischen schloss aufzusperren wenn ich das will machen dann sind es sind die Säge der dritten warum dauert das so lange nur warum du es nicht ist das dein fachgebiet oder nicht aber ich bin müde so geschafft wird alles klar jetzt muss ich nur noch scheiße hast du wieder kacke gemacht vom moment dann beginnen wir doch mit einem lockeren übungen damit ich sehen kann was ihr drauf hat okay das sieht ein bisschen cool aus aber dem wasser nicht der wird sowieso nicht überlegen grüner rosa hellblau nehmen wir mal hellblau haben wir auch noch nicht gehabt und hier müsste ich mal habe ich gerne ich glaube ich habe geld ich könnte vielleicht mal hier das kinder austauschen den bübos was die auf dem kopf haben okay ich muss hierhin ja auch sprung fehler hier sieht es eigentlich ganz gut aus jetzt bin ich wieder hier unten toll kann ich wieder nach oben scheiße wir machen diese so weit will ich doch gar nicht habe ich gar nicht gesehen der wohnt ich lebe ich habe keine ahnung gut gemacht hier bitteschön du explodiert ja loser und das war mein plan auf wiedersehen du komischer frosch aber wegen sie der frosch jetzt besser aus als vorher ach nee ich kann eine versuche ich möchte doch noch hier bitteschön ich bin halt noch chef hier ladeprogen nach dem park werde ich erstmal ein anderes spiel das sehen weder xin über seins oder monster hunter kommt was ist jetzt sei ja wieso denn jetzt rosa hier bin irritiert rosa die lang ach rosa muss ich habe keine ahnung wenigstens da und ich glaube der braucht ein geschenkurs hat so haben wir mal nach oben wie komische nach oben wieso kriegst du keine item sei dass wir mal hier unten hier bitteschön exklusiv nun danke wie komm ich jetzt hier hoch ich muss jetzt ach nee ich muss die befreien spät worum ach egal hauptsache wir schaffen sie überhaupt achte erst gegen irgendwas gefallen und der hat schutzschild gemacht jetzt habe ich gesehen der loser ich habe den gar nicht gesehen nicht bei ich komme ich habe gerade den falschen weg genommen ich bin leider keine sorge meine rosa weil ich bin doch hier ich bin auch hier keine ahnung der wird doof gucken wenn er aufwacht was ist los scheiße scheiße hier bitteschön denn es ist weg komischer bei nein ja gut gemacht so wie komme ich denn jetzt hier hin ich hätte irgendwas aufsprengen oder so glaube hier die mich definitiv down machen oder auch nicht kann ich da rein ach so soll ich dann wissen dass ich da rein kann auch wieder geschafft wie sie da ja komm mal her komm mal her ja hier bitteschön hallo da habt ihr es gehört das geht der hat voll gekotzt weil ich einfach was ist das denn was ist das denn der hat meine bombe gefressen der arsch warum ist der behindert der mann lass meine bombe zum glück ja ok grüner hallo wie der auch noch wartet das war wirklich schlutscher so jetzt muss irgendwie den würde ich ja da und kriegen ich habe mich bei einer oder selber da und gekriegt so los los was ist das denn was ist das wasser das ist eine wasserbombe oder die bombe ist blau ja wie die wasserbombe ohne feuer kann man nicht auslöschen oder was weiß ich keine ahnung und einmal so dass man plan das war geplant ihn einfach zu killen und das wort so haben wir das geschafft jetzt gehen wir hier hoch guckt euch das an mein commentary ist wieder so dämlich ich kann doch nicht sagen was ich tun soll das wollte ich nicht das wollte ich nicht war das wollte ich das wollte du meine bombe wird er nicht gut aber was für ein loser der hat doch gar keine ahnung also macht den da und hier bitteschön ja gedauert ist in luca toll und nun ich war gerade irritiert ein rosa ballon richtig jetzt muss wieder nach unten also ich hab's gesagt ja ich weiß auch da kommt jetzt drei und vier also drei minus vier also drei vier die stage 3 ich kann zählen der rote der wird sich freuen wenn ich dann kommt ok scheiße ich hab das nicht mehr aber der frosch ist tot der frosch ist tot der frosch ist tot der frosch habt ihr mir die zugehört der frosch ist tot habe ich gesagt und der ist auto pass auf weg mit dir zu einmal hier gedauert ist hier bitteschön muss mal item item kind der worte 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 zum glück oh was ist das denn ich glaube ich muss hierhin um nach oben zu kommen bombe ach ich glaube die starke kann doch nicht fressen oder hat er den gefressen mehr der sexen wird der loser jetzt liebste wenn du noch ein bilo hier rummacht gibt es auch mal schalalala schalalala so einmal hier einmal hier ja guck mal hier guck mal da 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 ja ich dachte schon ich spring mich hier bitteschön dann halt so dankeschön jetzt ist so wenigstens tot der loser da ist endlich mal hier bedauern müssen ziel ich bin zu gut ich bin so so was ist das denn jetzt also ich muss wieder retten jetzt bin ich tot einmal hier ich glaube ich muss die einfach da in das grüne kriegen oder jetzt geht der blaue dahin ich hoffe die stirbt jetzt der grüne zwei grüne auf einen streich ich dachte schon ich tue mich wieder selbst sprengen ich muss hier hoch wie komisch denn ach man scheiße hallo also ich möchte runter scheiße los 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 einmal hierhin schutzschule die sind gestorben eigentlich verboten die hat ja wie soll ich denn hier alle gleichzeitig schreien bekommen wenn die immer sterben ja da ist das ziel komm 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 hallo ja cool ich kann eigentlich jetzt schon mal sagen wir sehen das alles im nächsten part danke dass ihr euch das angeschaut habt wie immer dann siehst du schon im nächsten part lgp los bis zum nächsten mal tschüss tschüss